Hallo! Hallihallo! Hallo! Hey! Ich heiß Lara Sude Demircan, aber im Deutschen sagt man Demircan. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich mach grad die Ausbildung im Friseur. Ich bin mit 3. Lehrjahr. Hast du auch geile Haare. Dankeschön. Sehr fresh aus. Ich war weißblond und da sind mir meine Haare abgebrannt. Und deswegen hab ich gesagt, ich mach jetzt schwarz wieder und mach mir meine Braids. Und ich bin wieder ... Sind die reingefleut? Sind gar nicht deine echten Haare? Nee, das sind so Plastikhaare. Was singst du für uns Lara? Ich hab euch mitgenommen Runnin' von Beyoncé. Ja. Also na? Und 1 1 0. Und wir uns doch lieben. Oh, 1 1 0 ist cool. Warum tun wir uns weh? Wow, mach mal 1 1 0. Ich glaub, das liegt dir am besten. Ja? Ja. Okay. 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 Wenn wir uns doch lieben. Warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben. Doch will nicht, dass du gehst. Ich weiß, wie ich dich provozieren kann und dass keiner von's gut verlieren kann. Und dann werde ich laut. Und du nimmst mich nicht ernst. Und du nimmst mich nicht ernst. Ich sag, es ist vorbei. Und dann tut's dir schon leid. Immer wieder der gleiche Scheiß. Wenn wir uns doch lieben. Wenn wir uns doch lieben. Warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben. Doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld. Und dein Nachbar von oben wird 1 1 0. Wenn wir uns doch lieben. Warum tut es so weh? Jetzt bist du mit seinen Jungs weder zu außen. Obwohl du weißt, dass ich dich gerade brauche. Bist schon wieder Mai. Und du schickst mir ein Herz. Okay. Wir haben auf dich gewartet, Lara. Ja? Wirklich. Du hast es richtig toll gemacht. Mir geht's dreckig. Das hat mich echt berührt. Du siehst auch cool aus. Danke schön. Du passt voll in dieses Deutschrap. Ich weiß nicht, ich feier das. Machst du richtig gut. Ja, Volltreffer, Lara. Kann man nicht anders sagen. Absoluter Voll. Du hast dieses schöne Geschluchze da drin. Danke schön. Es kommt ganz toll. Danke schön. Es hat Spaß gemacht. Und vor allem dann euch beiden. Es war ein Duett ganz kurz. Danke schön. Es war ansteckend. Mega. Dankeschön. Ja, schön. Wirklich schön. So was wie dich brauchen wir hier in der Show. Vier mal Ja. Alles toll. Dankeschön. Vier mal Ja. Ja, geil. Geil, 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 geil. Lara, geh mal Ja. Hast du auch ein bisschen rappen, Lara? Rappen? Ja, so in die Richtung von Capi, Apache oder so. Apache bin ich ja genau. Ja, geil. Perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall auch geile Nummern für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Ich freue mich auf. Danke, tschau. Tschüss. Tschüss. Ich bin grad von mir selber total geschockt. Die Überraschung war sie riesengroß bei mir, dass sie das so toll hinkriegt. Ja, also ich hätte es gar nicht mit gerechnet. Es war richtig geil. Also ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Ich bin Rico. Ich komme gar nicht drauf klar.